Hallo, hier ist der Martin von Neumann-Kiss, das Klacksanalyse für Montag, den 22.04.2024. Ich habe leider jetzt mein Mikrofon nicht zur Verfügung und muss wieder auf das Alternativmikrofon zurückgreifen. Erfahrungsgemäß gab es da immer ein bisschen Beschwerden von dem einen oder anderen, dass die Kulturnqualität wohl schlecht wäre. Daher schon mal Entschuldigung, ich kann es leider wirklich nicht anders machen. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem erstmal Vorlieb nehmen hier, zumindest heute Morgen. Und ich gucke mal, dass ich das wieder hinkriege, dass wir das mit dem anderen machen können. Unser Dax hat sich auch Mühe gegeben, das nochmal ein bisschen mit hinzukriegen. Ich denke, ihr habt es hinbekommen. Es ist möglicherweise hier ein Zündpunkt jetzt auch schon gekommen. Wir hatten uns in der letzten Analyse darüber unterhalten, dass hier ein potenzieller Doppelboden ja im Raum stünde. Ich hätte aber gesagt, dass es unüblich wäre, wenn er da jetzt auf dem Doppelboden spielen würde. Weil dann hätte er ja die Bewegung nach oben hin hier in die 9.30 oder 9.10 reingetragen. Das hat er aber nicht gemacht. Er ist dann nochmal runtergekippt und hatte deswegen erwartet, dass er dann jetzt vielleicht das eigentlich schon zum Donnerstag sehen will, zum Freitag noch macht. Und zwar hier unten mal in die 700 oder die 650, 620 da anschlägt. Wir haben jetzt hier immer in den Eröffnungskerzen ein ganz schönes Zinnober drin. Das wird von der Frankfurter Börse ein bisschen komisch gestellt. Also die Kerze in der Ausprägung war auch hier jetzt nicht oben in dem Ausmaß handelbar gewesen. Das müssen wir ein bisschen in Teilen ignorieren. Wenn wir uns den Zetra-Chart angucken oder auch auf anderen Charts gucken, war er im Zetra-Handel dann auch bei knapp 6.30, 6.20 reingekommen. Das heißt, er hat genau unseren Bereich angelaufen, wurde in der Nacht per Gap eingeleitet, nachrichtenbedingt. Und hat sozusagen über die Nacht schon die Bewegung nach unten absolviert, hat sich von dort dann aber sehr kräftig nach oben reagiert und darum ging es uns ja. Wie reagiert der Markt, wenn er die 700 oder die 650, 620 da unten reagiert und er hat sich nach oben gezogen. Und für dieses Hochziehen ist ja eigentlich, da sind wir wieder bei dem alten Thema, typischer für dieses Flaggmuster, für dieses bullische Verhalten, was wir hier ja eigentlich sehen. Denn auch wenn viele das immer nicht verstehen, warum ist das bullisches Verhalten, der Markt fällt doch, der Markt ist doch schwach, die Nachrichtenlage ist doch negativ. Warum sprichst du von bullischem Verhalten? Weil diese Bewegung eben so korrektiv aufweist oder korrektive Bewegungsstrukturen aufweist. Das heißt, sie hat immer wieder so starke Rücksetzer. Wenn der Markt nach unten stößt, geht er immer auf das nächstbeste Niveau und stößt sich von dort wieder nach oben. Das haben wir jetzt ja auch gesehen, das ist jetzt ja auch in die 6.20, 6.50 reingekommen, das ist die nächste Linie quasi unter den letzten. Hat sich von dort stabilisiert, wieder hochgedreht. So, das heißt, das heißt jetzt erstmal nicht pauschal, dass man hier volle Pulle gegenlungen muss, weil das ein bullisches Muster ist. Das heißt für uns nur, wir sollten achten, wenn die Kanten nach oben verlassen werden, weil dann dieses bullische Muster aufgelöst wird, wieder in einen neuen Aufwärtstrend rein oder in eine übergottene Aufwärtstrendfortsetzung rein. Ja, nicht falsch verstehen, bullische Trendfortsetzungsmuster sind immer abwärts gerichtet. Ja, das heißt, ein bullisches Trendfortsetzungsmuster ist immer, ja, also es fehlt in einem solchen Muster und trotzdem heißen die bullischen Muster. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen aufstößt. Deswegen da die kleine Erklärung dazu, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist einfach so, ja, weil man sagt, wenn das so korrektiv ist, ist es in häufigen Fällen eben eine Trendfortsetzung oder ein Trendfortsetzungsmuster, was eine Trendfortsetzung einleitet. Und deswegen sollten wir die Augenmerke auf die Oberkanten legen. Und so würde ich es auch handhaben. Ich würde hier nicht, das haben wir schon in den letzten Tagen so gesagt, ja, ich würde hier nicht pauschal mich einfach gegenstellen hier, nur weil das jetzt so eine Flacke ist oder wie auch immer, die ganze Zeit Longrennen hauen. Nein, wenn der abtretet, der macht auf neue Tiefs, darf man gerne auch nochmal Short probieren. Das halte ich nicht für verboten und halte ich auch nicht für verkehrt. Das würde ich auch selber so machen. Unsere Lisa durfte am Freitag nur nicht, weil er eben von der 6,20, 6,50 da eben so hochgedrückt kam, auch rein in die 7,20 dann kam. Das ist dann jetzt hier von unten natürlich wichtige Mark. Und wir sehen auch hier, dass der Markt eben wieder probiert hat, diese Linie zu halten. Ihr seht das ja, einmal kurz probiert unten rauszukommen. Und dann alle Stoßkurse, die dann nachgekommen sind, haben sich immer wieder versucht, an unsere Linie zu orientieren. Und deswegen würde ich hier sagen, buddhischen Trigger, Auflösung des Trendfortsetzungsmusters bekommen wir oberhalb von 17,8,80. Aber wir bekommen schon erste politische Signale oberhalb von, ich sag mal so 47,67. Da sollte der Montag also über 47,67 handeln, möchte ich sehen, dass er dort bleibt, dass er den Bereich von oben verteidigt bekommt. Und ich möchte nicht sehen, dass er plus 9,15 hier mal kurz über die 9,60 drüber guckt und dann direkt wieder nach unten umkippt und neue Tagestiefs bringt. Das wäre für mich auch eher short. Ja, dann würde ich wieder versuchen, hier auf eine 6,20 hinzuhandeln, auch auf eine 5,60 und 4,80 dann. Aber wenn er es gut macht und hier über der 7,40, 7,60 raussteigt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man ja nochmal an die Trendkante ranspringt. Die liegt jetzt im Bereich um der 8,50 und schafft es auch höher, dann 8,50, 8,80, das ist eigentlich so der Entscheidungsbereich oben. Den müsst ihr einmal durchschlagen, schafft er das, hat er wieder Platz bis 18,30, 8,80 und dann eben auch mehr, weil dann sind wir aus der Flagge raus. Ja, das war halt die Perspektive oben. Unten habe ich es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Sollte die Hochs eben abverkaufen und dann auf neue Tagestiefs zum Beispiel fallen, dann würde das nach unten, ach ne, wir haben die Ziele sogar übersprochen, nach unten das aktivieren, das wäre natürlich auch der Fall, wenn er direkt zum Montagssprach rein startet und er geht uns unter die 6,70 drunter, auch dann würde ich eher erwarten, dass wir nochmal die 6,20 austesten und dann aber auch 5,60 bis 4,80 hier locker erreichen können. Ja, soweit die Erwartungshaltung für den Montag. Wie gesagt, wir sind noch in einer möglichen bullischen Flacke, in einem bullischen Trendfortsetzungsmuster. Da sollte einfach Aufmerksamkeit darauf gegeben werden, wenn der Markt sich nach oben rauslöst. Nämlich, dass man dann anfängt hier massiv drinnen rumzuschorten, sonst kann es einem passieren, dass man dann hier oben steht und immer noch drinnen rumschortet, ja, sondern versuchen, wenn das Ding nach oben auflöst, wenn das Ding nach oben auflöst, wenn, in Anführungsstrichen, dreimal wiederholt, wenn, 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 ja, wenn er das nach oben auflöst, dann würde ich mich stark longer orientieren. Hier unten bin ich noch ein bisschen vorsichtig, würde aber auch bei einem positiven Verhalten um halb von 47, 47 ist auch überhaupt kein Problem, unsere Lisa zum Beispiel in einem Long freizugeben. Ja, aber was ich nicht machen würde, ist Long unterhalb von 6,70, da würde ich mir eher angucken, wie reagiert der jetzt, wie läuft er auf einer 6,20 zu, wie läuft er auf 5,60 zu, 4,80 und dann dort mal die Reaktion angucken. Okay, jetzt können wir noch in den Taxi-Cut reingucken, sollte aber eine grüne Taxi-Cut geworden sein. Ja, ist es auch, er hat probiert, das Band wieder nach unten aufzureißen, hat einen Schindel gekriegt. Jetzt die grüne Tageskerze, wie gesagt, die Schatten müssen wir ein bisschen in Klammern setzen, das stimmt nun nicht ganz durch dieses Verschwörliche die letzten Tage bei den Datenfehlern, die die Frankfurter Börse uns liefert, aber müssen wir nur erstmal so nehmen, können wir nicht besser machen und machen wir das Beste draus. Ja, grüne Tageskerze gibt aber auch Platz zum Konter und auf der Ebene im Tagesschart müsste man das mittlere Band dann anzielen und dann redet man wirklich über eine 18.100 auf der Ebene. Ja, wenn ihr die grüne Taxi-Katze annimmt und sich jetzt hier weiter nach oben langhangelt. Gut, ich mache jetzt so, wünsche ich euch viel Erfolg am Montag, ich probiere das mit dem Mikrofon irgendwie hinzukriegen und dann hören wir uns erstmal morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Gut, ich mache jetzt so, wünsche ich euch viel Erfolg am Montag.